Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Und herzlich willkommen zurück zu Nantucket und die Piraten-Piraten. Und natürlich mit dem Waworik. Servus und hallo. Eieiei. Ach, wie ein Sturm. Ein Stürmchen in Ehren kann keiner verwehren. Und sie singen schon wieder. Lalalala. Lower the whale boats and explore the waters. Ja, der Anu ist natürlich auch wieder dabei. Ja, grüße. Uuh, was ist hier los? Alter, was geht denn hier los? Ist hier windig. Wäre mir fast nicht aufgefallen. Wäre mir fast nicht aufgefallen. Und die singen, die freuen sich. Ja, endlich ein geiler Sturm. Die Sea Shanty sind schon echt geil. Hättest du das hören könntest. Würdest du mich wieder nicht verstehen. Das war doch kein Hai, es ist ein Riesenwal. Ein Killerwal. Spirit of the Wolf. Das ist das Spirit of the Wolf. Und sie singen im Hintergrund Spirit of the Wolf. Okay. Ja gut. Obwohl, ist er getaucht? Nee, du könntest noch. Wir können voll reinrotzen. Ja geil. Ja geil. Blutet er? Ja, ist er schön. Arrrr, jetzt kann er das Wasser voll bluten. Oh, 20. Das ist nämlich Minus 20%. Ja, macht 20 Schaden. Aua. Ist aber schon ein bisschen outen. Können wir mit anderen. Protecten. Dann auf David. Okay. Die anderen können so bleiben. Ach Gott. Anderen können so bleiben, wie sie sind. Die dürfen. Achso, untergetaucht, ja. Wieso vergesst ich das immer? Ja gut. Ja nö. Ja, David war gut mit dir, ne? Obwohl, der kann ja Bluten abhalten, ne? Oh, uns trifft's. Ja, wir können alle Bluten abhalten. Alle Bluten frei. Gehst du zum Bäcker? Ist das doch blutfrei? So, du nochmal. Ja, danke. Vielleicht auch wieder wir? Weil wenn sich so ein Wal eingeschossen hat, dann klingt der doch immer denselben, oder? Ja, 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 dann mach auf uns. Famous last words. Och, guck, wir kriegen den aber gut down. Ja. Der Killispeer. Wir kriegen den sogar ganz, ne, nicht ganz. Oh, schade. Kannst du das Blut nicht doppelt sehen? Kann ich doppelt bluten? Aus zwei Poren? Oh, sehr schön, wir haben es abgehalten. Der kann uns ja gar nichts. Das ist voll die Lachnummer. Ja. Zack, halt über Bord. Ja. Protective Maneuver, ja klar. Yolo. Ja, dann auf Wiedersehen. Schaut doch fett aus, könnten wir als YouTube-Thumbnail machen. Naja. Naja. Hochgezogen dann auf den Kopf. Ich muss auch gerade sagen, alter, alter, das ist überhaupt ein Pixelbrei. Jaa, the day is ours. Jetzt ja lieber so ein Bild von, keine Ahnung, wo ist das immer bei den Farö-Inseln da, wenn sie ihre jährliche Wahl-Schlacht unter dem Strand abziehen. Faröö. Faröö, die verrühten Faröö. Jetzt gibt es, glaube ich, wieder ein Video. Yay. Heider People are divided into Eagles and Ravens, okay. Das klingt wie so eine Footballer-Dings. Bist du Eagles oder Ravens? Gar nichts, ich bin Yankees. Ah, das kann man schon eher als Thumbnail verwenden. Waskull's Tooth-Nackledge, Spirit of the Wolf. Okay, ignore random conditions. Geil. Anno? Für alle oder für uns? Hallo? Ja. Ja, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ich denke mal nur für einen. Ja, aber mehr Items als Kuh mit diesen, habe ich das Gefühl. Ja, komm David. Kriegst ein Zahn. So ein Zahn zulegen. Oh Gott. Boah, es geht ja immer weiter rauf, immer mehr Richtung Norden. Aber es ist ja die Krone da rechts, oder was ist das? Nein, da müssen wir doch durch die S-Berge durch Slalom fahren. Was, was ist was rechts? Ähm, da, bei der Küste. Das sieht aus wie so Klingone oder sowas. Ja, ja, natürlich. Ein Star Trek-Fan sieht das, was er sehen will. Klingonen voraus! Und sie singen wieder. Anna singt auch mit. Okay, kenne ich gar nicht das Lied. Das Wort ist rechts an die Eideste. Ich dachte, ich mache hier einfach irgendwelche random, ach, ging Vorsicht, weg würde ich weg da Geräusche. Das kenne ich gar nicht, das Lied. Das ist so ähnlich. Kommt er wirklich hin? Ich habe das still eingespielt und bei dir auf dem PC. Deswegen kann ich es. Docker Ship and Enter the Village. Machen wir das mal. Gucken wir mal, was da gibt. Oh yes! In dem Moment. Ja, dann gehen wir rein, oder? Ja klar, dann schauen wir mal, da sind wir dabei. Ja, klar. Wenn es so ein Verrückter reinruft. Sit down, Alka, ja. Okay, wir werden die Eisten hergeben. 30 essen? Ähm. Mwah. Oh mein Gott, im Hintergrund. Du, du, du. Wir sind so blöd. Ich mache irgendwelche Shanty-Songs. Du, du, du. Du, 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 du. Wir sind Popeye der Seemann. Du, 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 du. Du, 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 du. Ha ha ha. Halloween is on the quarter. Renault Crew dies. Okay. Okay. Ach, okay, wir können quasi auch eine Crew opfern. Entweder essen, oder? Ja. Wir essen halt was anderes. Du. Oder I'll be back. Ja, das Oberste, oder? Da oben ist ja auch irgendwo Honolulu. Da können wir auch nochmal ranfahren. Ja, mit drei Essen. Aber gut, besser ist, dass irgendjemand stirbt. Sollen sie sich halt einteilen. Oder wir machen eine Wahljagd, und dann haben wir wieder einen ganzen Laderaum voll mit Essen. Oder der Wahl hat einen ganzen Drachen voll Essen. Aber der kann uns... Ich möchte was zu essen haben. Kann uns eh nichts mehr was anhaben hier. Ich bin gespannt auf diesen Moby Dick. Wie krass der ist. Wahrscheinlich so 700 oder sowas. Könnt aber echt sein. Ja, er hasst Fremde. Er möchte uns alle killen. Okay. Ja, geil. Ja, schön, dass wir das Essen losgeworden sind. Oh, aber... Hä? Hä? Alles Piraten, oder was? Was soll denn dieses Geritze andauert, Leute? Oh, was soll denn dieses Geritze andauert, Leute? Oh, was soll denn dieses Geritze andauert, Leute? Ich möchte ernsthaft. Das ist Blasphämie. Das ist Sparta. Wollen mich schon wieder falsch. Die Adda längs aufschneiden. Nein, Lups. Echt, Alter? Raven's Protection, okay. Ja, das wäre jetzt für den Heil auch ganz gut. dann sollte man das vielleicht doch dem david geben was hat der joe nochmal aurelia, achso ne das brauchen wir nicht unbedingt dann sollte er das nehmen das ravens medallion und stimmt ja aber echt jeder hat ein item sollte achievement geben so jetzt schnappt sich nochmal jeder sein item und dann retten wir los ja okay und wir haben hier eagle blood okay also es klingt so als wären da vier böse seeleute und der hauptcaptain also es müssten wir irgendwie oder drei drei dudes aushebeln um dann zum captain zu kommen oder okay so hätte ich das verstanden aber wir brauchen erstmal essen sollen wir vielleicht erstmal nach honolulu oder riskieren dass wir da auf irgendwie nach honolulu essen auftanken weiß ich auch nicht wie es für den rest steht weil da oben ist irgendwas auf null äh blubber glaub ich achso ja gut das haben wir auch nicht dabei ah das ist gut das ist gut wadejagen das machen wir gerne ja wir haben wieder essen wir haben wieder essen für 583 tage geil ach guck da haben wir wieder eine neue wahlroute migrationsroute aber da können wir eigentlich da gleich weitermachen von wem die kommen über mexiko die kommen über kanada wahl vor Ort die war ja also ein wir gucken mal wie es ausgeht aber kommst du mir nur so froh da sehen die aus als ob die geblendet sind ich will jetzt gerne ranzumeln aber stimmt mit dieser Binde ich glaube die singen immer nach einer Zwischensequenz eine Zwischensequenz la 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 und der Cho tatatata 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 ja ja tut tut das ist der beste tut 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 guck der kann egal was der würfel irgendwas geiles ist dabei ja geil okay außer das wiederbeleben da wer weiß ich noch ja geil scheiße so ja thomas und heiler werden die mitgenommen der mit den titeln die könnten unsere krieger nur ablenken 10 trinken 355er das wird heftiger kein effekt es ist gut hmmm das Boot wird angegriffen woo was war das hier nochmal geiles ALL NAMES es ist gut es geht auf ALL alle? Wie geil, da kriegt man ja eine Daumen. Aber auf alle Boote oder? Ja muss er, ne? Bam! Juuu! Juuu! Dann den Blauen, mach den Blauen! Das ist der einzige, der nix ohne irgendwas tut mit uns. Die Sohn. Oh, come on, eins? Na. Hallo! Willst du mich verarschen? Hm. Toll. Blute da wenigstens? Nee. Glaub nicht. Ach, ist doch beschiss. Was hat der für ein heiliges Logo da? Image to others. Da ist er! Ah! 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 Der braucht dringend einen Heiler. Ja. Ah! Sitting Dice von den Nabled Coins, okay. Wir haben wie keiner. Auch keiner hat gedacht, dass wir jemals um Anthony trauern würden, aber naja. Stimmt! Ah! Covering. Oh, warte mal! Links, eventuell kriegen wir den mit Harrison, kriegen wir vielleicht den nur grünen. Platt, wenn der anfängt zu bluten, wobei der hat den Blutskill nicht. Verdammt. Der hat den Blutskill nicht. Welchen? Den grünen? Der grünen, ja. Der hat ja nur noch eins und dann können wir den blauen killen mit Knarnung. Mit uns! Warte mal, ähm. Hm. Achso, nee, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. So, auf blauer. Tschüss! Ah! Däht. 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 Däht-ähtotä. Immun! Was? Wieso immun? Läht. Wieso ist der immun? Okay, dann ist gestunnt, ihr passt. Ach come on, was? Okay, geht auf. Ne, geht nicht auf. Doch, geht auf. Anthony macht den ganz linken. Der blutet und stirbt dann. Was? Was machst du denn jetzt? Irgendwann immun. Da wird jemand immun. Aber egal. Unschlecht. Kann ich den killen? Ne, der ist immun. Ne, 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 nicht mit. Mach uns. Ne, ich guck nur, ob es gehen würde. Aber der scharfen Spear-Attack. War der nicht gerade immun, stand da nicht, denkt was? Na egal. Da unten, Attack makes a target split. Ja. Aber wenn wir ihn mit einer Blutung angreifen, das immunisiert er nicht. Also wenn du den ganz linken mit Anthony angreifst, macht Anthony 24 Schaden plus zwei Bluten, dann müsste der linke eigentlich down sein. Probieren wir es mal. Immun. Hat das jetzt gar nichts gemacht? Ja, ich glaub, der ist immun. Okay. Ja, ne, verschwänzt dich. Ah, ich glaub, das ist die Karte. Mit dem kann man die Karte zerstören. Remove an Enemy Card. Und die Karte bedeutet, er hat sich gerade geschützt. So würde ich das verstehen. Oh Gott, wir hätten ihn wirklich auch. Da haben wir gerade den falschen gekillt. Ja gut, aber wir könnten den mittleren ja noch killen. Ja. Ja, warte, dann mach ich das mit. Ja, dann mach doch jetzt die Karte einmal weg. Ja, aber er kann auch die Karte. Er kann Karte und 24. Ja, okay. Müsste beides klappen, ja. Und eh, kann ich nur... Doch, ich kann ihn eingreifen auch, oder? Ne. Wieso kann ich denn niemanden eingreifen? Kannst du vielleicht wieder ganz rechts auf die grüne Karte klicken, wenn du mit unserem Namen drauf? Ah. Ah. Mhm. Okay, passt. Es ist ein bisschen eine komische Mechanik mit der Karte. Ja. Die sind verwirrend. Ja, ja, ne, nix gibt's. Oh, weg. Aufs Maul gibt's. Das mit der Karte können wir nochmal machen. Warte, Keishi darf das machen. Yes. Wup, wup. Sayonara, Freunde. Bitches. You're nice. Der nächste ausgehebelt. Erst wenn wir alle gekillt haben. Gut, aber das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie weg, dass die Leute sich wieder heilen, ne, oder? Ich denke, wie fit sind die? Anthony bräuchte vielleicht ein bisschen Heilung. Den könnten wir auch notfalls in den Dingens packen da rein. Ja. Dann kommt er an die Kanonen. Ja, passt. Oder mit Harrison tauschen. Vor Ort. Ich meine, an sich könnte man eh auch mal, mal reingucken und mal den ganzen Frachtraum leeren und sowas. Vielleicht nicht schlecht. Ist ne zwischendrin ein Halter zu Hause. Also zu Hause. Naja, in Hololulu. Boah, guck dir unseren Radius an. Auch schon schön fett. Da sieht man wenigstens mal was vorweg. Ja. Lay increased, ja, sehr schön. Okay. Wir kriegen ja echt nix mehr, oder? Wie viel ist jetzt noch von dem übrig, was wir kriegen davon? Nö, 23. 23, na ja. Süß. Hier, Zeitung. Enterprise Destiny. Wo ist die Enterprise nur geblieben? Ah, hier, ja. Direkt vor deinen Augen. Such die Enterprise. Was ist das eigentlich für ne Mühle im Hintergrund? Das sieht aus wie ein Stab, wo einfach nur Räder dran sind. Mühle. Ach, hier. Das ist das erste Windraff für die Existenzität, oder was? Gibt's da irgendwen Kuh? Nicht, dass wir uns grad wen leisten könnten? Na, ne. Kuh. Kuh. Aloa. Das ist ja praktisch, dass wir Aloa in Honolulu abholen können. Aloa, hey. Aber wir könnten noch was aufleveln hier. Level, level. Kuto, mein Level. Kuh. Kuh. Mehr Blubber. Mehr HP restored. Und die haben mehr HP restored oder mehr Frachtraum? Die zwei wären jetzt so meine... Derzeit geht leider nicht mehr. Okay. Oh Gott. Okay. Aber ein größeres Schiff gab's glaube ich noch, oder? Haben wir nicht irgendwann so lilafarben? Und wenn's größer ist? Nee, Cargo. Nee, macht nicht Sinn. Das ist genau das selber. Nee. Ja. Schaut das anders aus? Nee. Seht gleich. Ähm, ja, das hat nur noch zwei. Nee. Nö. Okay. Ich dachte, es ist grad noch eine größere. Jetzt wird sie... Ehi. Nee, ich. Ehi. 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 Hm, soll mal die Quest gleich mitmachen? Bikini? Keoni? Keini? Keini Rees? Oh Gott. Und sie singen wieder! Wann go! 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 mal gehen. Let him go home. Okay, er kommt nicht zurück. Ist das wie so eine Schwesterhochzeit? Ja. Oh Gott. Einmal war es so, dass er gekillt wurde. Bei so einer Quest. Er hat ihn vom Anfang. Ich glaube, einer aus der ersten Crew noch. Ja, das könnte man sagen. You should remain here with your sister. Das ist aber auch kacke, oder? Hm. Das bedeutet ja dann, der bleibt da. Hm. Ja, aber immer oder jetzt nur für die Party? Das ist die Frage. Wie lange die Party dauert. Okay, der Mann ist verstorben. Offensichtlich. Oder? Widow ist doch... Wie heißt Widow? Äh, Widow. Ja, genau. Okay, I would like to help your sister. Ja, ich mein, das könnten wir auch uns gönnen. Ist vielleicht besser als remain here with your sister. Ja, ja. Ja, komm. Bisschen Kohle. Ich weiß zwar jetzt auch aktuell nicht, um welchen unserer Wunderheiler es sich dreht, aber... Unser... Unser Kampfmann. Kishi, der Kampfmann. Achso, aber wieso hat er da irgendwas... Ach, das war ein grüner Trade, ne? Okay, gut verstehe. Ich dachte, weil es als grünern gezeigt wird, dass es um einen Heiler geht. Achso, nee. Nee, nee, nee. Aber wir leben noch alle. Wupp, wupp. Ist das irgendwie dabei? Nee, nee. Das hab ich grad echt... Wie wir da oben... Hängen die auf den Eisfelsen fest, oder? Hier oben bin ich! Gross! Wir werden übrigens bei 27 Minuten. Wupp, was? Ja... Hah, geht immer fixe, ne? Krass! Fixe... Hunter Anthony gets strong! Anthony will er doch normal so oder nutzt! Den Tag noch erleben kann! Anthony will ich mir gefühlt sein Reise 1 loswerden! Was eigentlich mittlerweile der Beste? Echt mal? B40 Cool, der Lazy ist auch schon seit Ewigkeiten los Sogar schon Generous Er will gar nicht so viel Coole haben Er will einfach nur dabei sein Dabei sein ist alles Dann geht das auch für euch In der nächsten Folge Ja Dabeisein und schreibt natürlich Fleißig kommentieren Na auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein Und danke für den Anno auch Dass du dabei war Ja, gerne, gerne Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Wenn ihr wieder dabei seid Bis zum nächsten Mal Tschüss Aroh Around Cape Horn to Frisco Bay Hooda, hooda Around Cape Horn in 91 days Hooda, hooda, hey, oh Glob for his glo For California, oh There's plenty of gold So I've been told On the banks of the Sacramento Und dann schauen wir uns, auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.